Ready, take on. Klapp Nummer 1. Moin Leute, hier ist der Flo von den Smokebrothers. Und heute mit einem erneuten Feifenreview. Und zwar zu Secret Sirius Epoxid-Pleck. Die Pfeife saß sogar schon in Azkaban. Genau. Kommen wir zu den Einzelteilen. Die Pfeife besteht aus einer wunderschönen Bowl, die sehr schöne Eingravierungen hat, wie man hier sieht. Auch unten, wodurch das Licht, was rein strahlt, kann man hier gut sehen, in alle Richtungen streut und man einen sehr schönen Effekt dadurch hat. Dann natürlich aus der Rauch Base, der Rauchsäule, alles Edelstahl, außer die Base, die ist halt aus so einer Hartplaste. Das Tauchrohr, den Blow-Off-Deckel, nenne ich es jetzt einfach mal. Einen Schlauchanschluss, der reingedreht wird, ist also kein Schliff. Einer Bowl-Dichtung, die auf die Base kommt. Den Kohleteller, der auch aus Edelstahl ist. Und natürlich, ich vermute, weil es Epoxid-Black heißt, eine Verkleidung für die Rauchsäule aus Epoxid-Harts. In Schwarz. Und natürlich ein Schlauch, mit Feder, aber die habe ich gerade nicht hier, die ist gerade auf einer anderen Pfeife. Die sind da drauf. Wow. Kommen wir zum Aufbau. Der Aufbau. Ganz einfach erstmal. Ihr habt hier eure Base. Die besteht aus 5 Löcher. Unten Rauchsäule und Tauchrohr. Und ein Ausgang für den Schlauch. Und 3 Ausgänge für das Blow-Off. Mit dem Blow-Off fangen wir auch an. Das ist hier dieser Aufsatz. Der ist auch komplett aus Edelstahl. Der wird einfach oben drauf gesetzt. Das hält auch wunderbar. Dann muss man als nächstes die Rauchsäule reinschrauben. Da gibt es einmal ein kurzes Gewinde und ein langes Gewinde. Das lange Gewinde muss unten rein. Das drehe ich euch jetzt mal rein. Fest. Und dann unten noch das Tauchrohr. Auch über ein Gewinde gelöst. Alles easy peasy. Einfach nur reinschrauben. Ist übrigens schon ein Diffuser unten dran gebaut, den man selbstverständlich auch abdrehen kann bei Bedarf. Wir lassen natürlich dran. Und ja. Dann kommt als nächstes schon das Augenmerkmal der Pfeife. Die Epoxid-Rauchsäulenverkleidung. Die Aufsätzen ist manchmal unterschiedlich. Es gibt hier nämlich auf der einen Seite so eine Einkerbung. Auf der anderen nicht. Eigentlich sollte diese Einkerbung dort unten rein. In diese Einkerbung, die wir auch bei dem Blow-Off haben. Aber irgendwie passt da bei mir der Teller nicht. Deswegen muss ich es andersrum machen. Das kann einfach ein Verarbeitungsfehler sein. Das ist nichts Schlimmes. Einfach nur umdrehen. Die ist oben wie unten gleich. Nur das halt oben nochmal so eine Aussparung ist. Die Aufsätzen. Dann den Teller nehmen. Auch aufsetzen. Mit dem Anschluss für den Kopf. Einfach gegenschrauben. Und schon ist der auch fest. Dann kommt nur noch der Anschluss für den Schlauch dran. Ist über ein Gewinde gelöst in dem Fall. Auch einfach reinschrauben. Und schon ist die Pfeife an sich fertig. Dann kommt noch unten die Dichtung für die Bowl drauf. Die ein bisschen festdrehen. Damit die ordentlich auch hält. Die steht ein bisschen über. Das ist nicht so schön. Aber das kann man bei dem Bedarf auch abschneiden. Und dann kann man die Pfeife einfach auf die Base drauf tun. Ganz normal draufschrauben, wie es bei einer Steckbowl ist. Dann nur noch den Schlauch mit der entsprechenden Seite reinstecken. Und fertig ist es. Die Pfeife. So sieht es jetzt im Gesamten aus. Dabei wäre theoretisch noch ein Steinkopf, eine Dichtung und ein Kaminaufsatz. Haben wir jetzt weggelassen, weil das sind halt die Standardsachen. Und so sieht eigentlich die Pfeife im Kompletten aus, wenn sie aufgebaut ist. Würde ich sagen, mach mal noch ein schönes Köppchen. Und dann wird das ganze Ding mal gelockt. Bis klar. Bis zum nächsten Mal. Du hast das Video an? Ja, das Video ist an. Ich bin einfach Kokos. Ich bin einfach Kokos. ja hier mit bürotechnik am start explosion schlauch gut oder ziehen wir dran sehen ob du irgendwo luft zuerst erst mal zu pfeifen da ist mit dem hooker in lit und der holster eiskaktus was gibt es noch so zu pfeifen zu sagen preislich liegt das ganze bei uvp ich glaube 110 euro aber viele seiten bieten sie gerade für um die 80 euro an 80 bis 100 euro in der dreh deswegen ihr könnt da eigentlich ein gutes schnäppchen mitmachen und ja also was mir bei der pfeife erst mal direkt auffällt durchzug mega nice und ist dieses jahr geil mega geil jetzt vom preis leistungssession ihr bekommt eine komplette edelstahlpfeife ja gut bis auf das bisschen base was ihr hier aber das ist auch bei einer viral so oder bei anderen pfeifen bei einer mose ist es genauso genau also echt super durchzug super einfach zusammenzubauen vom gewicht her die bowl ist halt ziemlich schwer also eher was für daheim einschlauch halt und du kannst auch mal das blow off zeigen das ist auch sehr schön kommt aus den ganzen löchern hier drumherum sieht echt klasse aus also secret echter geheimtipp ich bin echt gut hochwertig na gut mit der sache mit den mit der raufsäulen verkleidung das ist halt ein kleiner produktionsfeld das sind ja nur millimeter halt aber das ist jetzt nichts wo ich sage deswegen ist die pfeife jetzt qualitativ minderwertig oder so wo sie hergestellt ist kann ich leider nicht sagen wahrscheinlich nicht in deutschland sonst würde man halt nicht sie zu diesen preisen bekommen und die qualität ist dennoch wirklich sehr gut wie gesagt alles edelstahl wunderbar habt ihr keine probleme auch mit der reinigung die bowl wie gesagt finde ich sehr sehr schön für den preis die ist echt gut verarbeitet ich habe jetzt keine bläschen groß drin gesehen gar keine absolut nichts das glas ist echt hochwertig hier auch mit einem kleinen absatz dass man sie besser anheben kann ja und vor allem was auch noch wichtig ist sie hat ein extrem geiles langes tauchrohr das heißt ihr müsst auch den wasserstand nicht wirklich hoch machen und euch kann es irgendwie nicht passieren wie bei manch anderen pfeifen dass sie durch einen schlauch irgendwie wasser ziehen oder so das kann euch hier gar nicht passieren also da müsste da echt schon ja anschlag ne selten dämlich sein und ja Lieferumfang natürlich auch drauf ihr habt einen kopf dabei ihr habt einen schlauch dabei alles drum herum das komplette vollpaket und ja dann würden wir die pfeife jetzt noch ein bisschen rauchen machen noch ein paar schöne detailshots siehst mal wirklich und wir sehen uns beim nächsten mal like das video lasst einen kommentar da like das video lasst einen kommentar da like das video lasst einen kommentar da ich darf nochmal das jetzt abwechseln abonniere den channel abonniere uns auf instagram danke fürs zuschauen und guten rauch eure smokebrothers bis säS guck 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020